Das Thema Recht und IT hat an unserer Fakultät schon lange Tradition. In den 1980er Jahren gab es den Lehrgang für Rechtsinformatik, 1998 das Pflichtfach im Diplomstudium. Heute ist es im Diplomstudium, aber auch im neuen Bachelorstudium Wirtschaftsrecht für Technikberufe als Pflichtfach vorgesehen. Die Bezeichnung hat sich allerdings geändert. Seit 2016 sind wir im Grundlageninstitut Fachbereich Recht und IT. Das heißt, wir befassen uns mit all den Themen, die diese Technologie für das Recht und im Recht aufwirft. Einerseits die Nützlichkeit der IT für die juristische Arbeit, Stichwort Rechtsdatenbanken, elektronischer Akt, elektronischer Rechtsverkehr, Blockchain, Smart Contracts, was immer Ihnen einfällt. Andererseits befassen wir uns mit dem IT-Recht, also mit Sachverhalten, die diese Technologie aufwirft und die wir juristisch beurteilen müssen. Das Pflichtfach vermittelt Grundlagen, Basics. Es wird innerhalb des JUS-Studiums, aber auch darüber hinaus nachgefragt. Seit 2012 gibt es einen Wahlfachschwerpunkt Digitale Wissenschaften, der von allen Studierenden der Universität Graz und auch der Technischen Universität Graz besucht werden kann. Es geht darum, über die eigene Disziplin hinaus sich mit Fragen dieser Technologie zu befassen. Sie müssen Ethik, Informationswissenschaft und IT-Recht als Pflicht absolvieren und können dann weitere Fächer aus Ihrem jeweiligen Studium wahlweise dazunehmen. Seit 2019 sind wir in einem Forschungsnetzwerk aktiv. Human Factor in Digital Transformation, also der Faktor Mensch, der Mensch in dieser enormen technischen und gesellschaftlichen Veränderung. Die Aufgabe der Rechtswissenschaftlerin darin ist, daran zu erinnern, dass wir grundlegende Rechte verbrieft haben, um die gekämpft wurde. Dass wir immer noch dem humanistischen Weltbild folgen. Dass wir Grund- und Menschenrechte auch in hochtechnisierten globalen Gesellschaften als oberstes Ziel beibehalten. Human Factor in Digital Transformation, oder kurz HFDT, hat ein Doktoratsprogramm eingerichtet, das seit Juni 2019 absolviert wird. Wir befassen uns hier interdisziplinär mit den Fragen der technologischen Transformation. Und interdisziplinär, das heißt Philosophie, Soziologie, Psychologie, Ökonomie, APWL, Systemwissenschaften, Bildungswissenschaften, Fundamentaltheologie und, ja, Recht, Rechtswissenschaftlerinnen. Unser Ziel ist es, junge, engagierte Juristinnen auszubilden, die in der Lage sind, sich diesen gesellschaftlichen Änderungen zu stellen. Die keine Scheu haben, als Digital Natives die Technologie kritisch zu hinterfragen, die mitwirken, das Recht anzuwenden und auch fortzuentwickeln. Empfehlungen der Lege für Ränder an den Gesetzgeber zu machen. Was soll denn geändert werden? Was soll denn der Rechtsrahmen sein, beispielsweise für autonomes Fahren? Sie alle kennen die Autos, die mit Einparkhilfe, Spurassistent, Abstandhalter, Geschwindigkeitshalter rundherum schon im Einsatz sind. Aber wissen Sie, was Sie als Fahrer dieses Autos tun müssen? Was Sie nicht mehr tun müssen? Und wer haftet, wenn ein Schaden passiert? Und wer haften sollte, wenn all diese Autos autonom durch unsere Stadt fahren? Wir haben gerade ein Forschungsprojekt gewonnen, in dem wir uns ganz konkret mit diesen Fragen beschäftigen dürfen. Wir haben unser Doktoratsprogramm 15 dieser Tantinnen aus neun verschiedenen Disziplinen gebeten, sie mögen uns Konzepte erarbeiten aus ihrer Disziplin, wie dieses autonome Fahren funktionieren könnte. Wir stellen diese Forschungsfragen aber auch in unseren Einführungslehrveranstaltungen, also den jungen Studierenden, die sich entschlossen haben, vertiefte Kenntnisse im Recht zu erwerben. Es geht darum, diese Änderungen der Gesellschaft durch Digitalisierung, durch Globalisierung auf möglichst breiter Ebene zu diskutieren. Wir brauchen Feedback, wir brauchen die Meinung ganz ganz vieler interessierter Menschen, damit der Rechtsrahmen angemessen gestaltet wird. Wir haben als oberstes Ziel die Funktion des Rechts, nämlich friedenserhaltend zu wirken. Das dürfen wir nie vergessen. Je spannender unsere Zeiten werden, je turbulenter, je mehr alles neu scheint, umso mehr müssen die Rechtswissenschaften daran erinnern, dass es Werte in unserer Gesellschaft gibt, die außer Streit stehen und die verbrieft sind in den Grund- und Menschenrechten. Daran sollten wir in Forschung, in Lehre und in Praxis der Juristerei immer wieder denken, das sollten wir umsetzen.